Willkommen zurück, hier geht es auch direkt weiter an genau dieser Stelle wie versprochen. So, was wollte ich noch erzählen? Ice Cave Levels kommen wir jetzt als nächstes zu. Die sind, ja, ab Level 9. Die sehen wieder komplett anders aus als die Dschungel Levels. Und die sind auch relativ schwierig, aber nur wenn man nicht wirklich ausgerüstet ist. Wenn man eine vernünftige Ausrüstung an Gegenständen hat, sind die Ice Cave Levels hier meiner Meinung nach relativ einfach. So, das ist übrigens ein UFO da oben, das stört aber gar nicht so sehr. Also zumindest hier im Moment nicht, die können auch sehr störend sein. Aber da kommen wir bestimmt früh genug noch zu. Was ich auch eben wieder gar nicht zu Ende erklären konnte, weil immer so viel passiert. Wenn es spannend wird, dann passieren 10 Sachen gleichzeitig und ich komme gar nicht dazu, die alle vernünftig zu erklären. Was war dieses Kreuz, dieses besondere Item, also was ich gesagt habe, wäre besonders, was wir im Black Market mitgenommen haben? Das ist der Ankh, so nennt sich dieses Teil. Und das hat als primäre Wirkung, so als Gegenstand erstmal, dass man eine zweite Chance hat. Das heißt, wenn man stirbt, weil man irgendwie von einem Shopkeeper erschossen wird. Oder weil man in ein Loch springt. Oder wenn man sowas ganz Cleveres macht, wie in Stacheln springen, wie ich das ja auch schon mal gemacht habe. Das war übrigens hier Level 9. Dann wird man wiederbelebt durch den Ankh. Der Ankh verschwindet dabei. Dann hat man noch eine weitere Chance und kann das Level nochmal versuchen. Allerdings vom Anfang an. Die zweite Wirkung ist, ja, das ist die hier unten. Ähm, das werde ich da wahr. Soll ich das sofort demonstrieren? Ja, komm. Wenn man sich hier auf diese Statue stellt, wo unten dieses komische goldene Ding drin ist, und sich dann tötet mit hier dem Bombenknopf. Steht unten Bomb Die für Sterben. Dann, bumm, ist der Ankh weg. Die Ankh shatters. Man wird wiederbelebt und man kommt hier rein. Man kann dieses Teil mitnehmen. Das Hedgejet. Und hier das Level beenden. So, dann hat man nämlich das Hedgejet. Leider hat man den Ankh nicht mehr. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Weil der Ankh ein sehr cooles Item ist. Eben diese zweite Chance. Aber gut, ich habe das jetzt gemacht. Und kann ja dann dazu übergehen, zu erklären, was das Hedgejet eigentlich macht. Wo ich gerade überlegen muss. Es hat mehrere Wirkungen. Richtig. Erstens, es gibt keine dunklen Level mehr. So, fertig. Nette Sache. Wunderbar. Zweitens, es gibt kein Zeitlimit mehr in den Levels. Denn der Geist kommt nicht mehr. Also dieses Achill Runs Up Your Spine. Das kommt nicht mehr. Und dann kommt auch kein Geist mehr, der einem was Böses will. Das Hedgejet verhindert das. Man hat jetzt, ab jetzt, beliebig viel Zeit in Levels. Und man kann mit dem Hedgejet noch eine Sache machen, die ich eigentlich, ja, nicht eigentlich so als Challenge Run geplant hatte. Also, möglicherweise, das wäre ja auch sehr interessant, dass ich das jetzt direkt schon integriere in das erste erfolgreiche Durchspielen hier. Denn, tja, dann komme ich jetzt mal dazu, wenn ich hier, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier drüber rede, ist es natürlich insofern blöd, dass ich gar nicht wirklich dazu komme, etwas zu den Ice Cave Levels hier zu sagen. Das auch eigentlich sehr, 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 sehr schade ist. Hm. Naja, gut, ähm, zu den Ice Cave Levels komme ich dann später nochmal, weil da habe ich auch noch etwas vor. Dann erzähle ich jetzt erstmal, wo ich hier gerade schon dabei bin, was das mit diesem Hedgejet und alles auf sich hat. Nämlich, so, hier ist übrigens, äh, Psychic Presence, das heißt, hier ist ein Alien in dem Level. Das ist auch wieder sowas ähnliches wie, äh, Snake Pit, nur diesmal ist es kein Schlangenhöhle, sondern dieses Alien Raumschiff hier. Hier, wo ich mal eben reingehe, dann töten wir das Alien und dann reden wir weiter über das Hedgejet. So, hier ist das Alien, da ist das Alien, wo wir einfach so ein bisschen Zeugs in die Gegend werfen und dann ist das Alien platt und hinter dem Alien befindet sich immer, immer, immer ein Jetpack. Deswegen Alien Level super, weil Jetpack super. Einfaches Prinzip. So. Und jetzt haben wir das Jetpack. Schöne Sache. So, wo war ich eigentlich dran? Eigentlich, also so ursprünglich, so vor ein paar Minuten. Und so wollte ich ja eigentlich mal etwas über dieses Hedgejet erzählen. Was man damit noch machen kann. Also es gibt keine dunklen Level mehr. Schöne Sache. Es gibt keinen Geist mehr. Und man kann damit in eine besondere Welt noch gehen. Also das ist ein, das ist noch ein besonderes Level, wo man noch rein kann. Nämlich die, äh, City of Gold nennt sich das. Die Stadt aus Gold. Das ist eine Stadt komplett aus Gold. Da sind die Wände komplett aus Goldklumpen. Man kann die alle springen und das ganze Gold aufsammeln. Das ist die City of Gold. Und man braucht unter anderem, unter anderem, das Hedgejet, um da reinzukommen. So, wie genau man da reinkommt, das werde ich dann möglicherweise, wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle, gleich sogar schon demonstrieren. Weil so wahnsinnig weit sind wir gar nicht mehr davon weg. Dadurch, dass ich das durch Zufall, das ganze, ja, auf einmal mitgemacht habe. Der Shopkeeper steht allerdings schon noch im Weg dafür. Da sollte man sich noch was überlegen. Möglicherweise etwas, wobei man nicht selbst drauf geht. Also potenziell irgendwie mit Bomben werfen oder so. Das ist meistens relativ effektiv, weil dann fliegt der in die Luft und ist hinüber. Das ist dann ganz okay so. So, das Kistchen hier nehmen wir noch mit, weil mehr Bomben sind. Mehr Bomben ist ziemlich praktisch. Und die Dämsel wird natürlich auch noch eben einkassiert, weil das ist ein hektisch, panisch rumlaufender zusätzlicher Lebenspunkt. Die kann man ja eigentlich auch immer brauchen, so zusätzliche Lebenspunkte. Und das war es dann auch schon mit diesem Level hier. Und der Boden verändert sich wieder. Ja, denn jetzt kommen wir zu den Tempel-Levels, die ich schon dank Versprecher gespoilert hatte. Ja, das sind die Tempel-Levels. Das ist der letzte Abschnitt im Spiel. Und hier gibt es auch das letzte besondere Item, was man noch braucht, um in die City of Gold zu kommen. Und dieses Item kann ein bisschen riskant sein, wenn man es haben möchte. Also es wird sozusagen ganz gut bewacht. Formulieren wir das mal so. Wobei ich jetzt nicht von diesem Typen hier sprach. Der ist ein bisschen eklig auch durchaus, aber den meinte ich gar nicht. Junge, du stehst aber trotzdem krass im Weg hier. Also Respekt! Äh, ja. Nein, das war gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich irgendwie sowas versuchen, aber das war auch nicht so clever. Äh, ja komm, da kommen wir noch dran vorbei. So, alles klar. Deswegen sind die ein bisschen fies, weil die so, auch so panisch durch die Gegend wackeln und springen und nicht so schön. So, was wir hier eigentlich suchen jetzt. So, denn ich habe mich gerade entschieden, ich möchte versuchen, den City of Gold Run hier zu integrieren. Das war eigentlich eine besondere Challenge, die ich vorhatte, dass ich einmal die City of Gold demonstriere. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich möchte versuchen, das jetzt hier direkt zu machen, weil ich habe fast alles, was dafür nötig ist, schon dabei. Deswegen, ja, kann man das eigentlich so versuchen. Das hat nicht so gut funktioniert. So, das ist der Shopkeeper, den, den brauche ich mich gerade eigentlich gar nicht anzulegen, weil hier fehlt noch das letzte Item, was wir benötigen für die City of Gold. Und zwar ist das das Zepter, wie sich dieses Dings nennt. Das ist eine andere Waffe, die quasi die Shotgun ersetzt, weil die ist deutlich besser als die Shotgun. Äh, die, ja, die Waffe, richtig, doch, alles okay so. Warum tue ich so, als hätte ich einen Fehler gemacht? Ich mache doch nie Fehler, das müsste mir doch mittlerweile selbst klar sein. Wie bekommt man dieses Zepter? Dieses Zepter gibt es immer im ersten Tempellevel, in dem wir uns ja gerade befinden. Und dieses Zepter wird bewacht, schrägstrich getragen, aber nicht benutzt. Irgendwie sowas von einem besonderen Gegner. Nämlich der Mumie, also, äh, was heißt der Mumie, einer Mumie. Das ist ein neuer Gegnertyp hier in den Tempellevels. Und diese spezielle Mumie im ersten Tempellevel hat immer das Zepter dabei. Das Problem ist, dass ich diese Mumie hier gerade nicht finde. Sonst würde ich die ja gerne demonstrieren, weil ich... Möchte... Wo könnte das denn noch sein? Hm, 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 hm. Ähm, ja, müssen wir erstmal anfangen, hier großflächig das Level wegzusprengen. Also, da kann ich jetzt nichts dran tun. So, diese eine Mumie, die hat immer dieses Zepter. Und dieses Zepter ist der letzte Gegenstand, den man braucht, um in die City of Gold zu kommen. Also, genau gesagt, braucht man nur das Hedgedit und das Zepter. Allerdings, ja, man braucht quasi eben auch das Instead Eye, um überhaupt an den Ankh zu kommen, um an das Hedgedit zu kommen. Also braucht man mehr oder weniger doch alle diese Items. So, über Umwege quasi. Aber wo ist denn hier in diesem Level... Ich weiß es gar nicht, wenn ich hier nach links komme, bin ich dann nicht schon bei dem Shopkeeper von eben? Hm, aber irgendwo hier in dem Level müsste die Mumie sein. Die ist... Die ist immer in dem... Ja, da ist schon der Shopkeeper. Die ist immer in dem ersten Tempel-Level, da bin ich mir absolut sicher. Aber... Ja, ich habe auch das Gefühl... Also, ich habe mittlerweile schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass es manchmal mit dieser zufälligen Level-Erstellung kleinere Probleme gibt. Nämlich, dass zum Beispiel... Schon mal ein bestimmtes Item nicht irgendwo auftaucht. Also, dass es mal ein Höllen-Level gibt, wo man zwar die Truhe hat, aber keinen Schlüssel dafür. Oder, dass man den Schlüssel hat und keine Truhe dafür. Irgendwie sowas. Und ich habe gerade die Befürchtung, dass wir hier in einem Level sind, wo es keine Mumie gibt. Das wäre natürlich irgendwie blöd. Weil damit hätte sich diese Sache mit der City of Gold dann direkt vollständig erledigt. War ich da rechts jetzt schon? Aber... Unten? Hallo? Äh... Meine Orientierungskünste sind auch... Ach so, fantastisch. Ich weiß gar nicht genau, ob ich da jetzt schon war. Ja, aber... Ja, doch, natürlich. Da war ich doch auch schon. Hm. Aua. Das war nicht so gut. Hahaha, das sieht alles ziemlich schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Tja. Äh, Mumie ist ausverkauft. Also... Scheinbar nicht im Angebot hier. Das ist natürlich ganz, ganz gemein. Dann wird das wohl doch nichts mit der City of Gold. Außerdem habe ich mich gerade erschießen lassen. Damit hat sich das natürlich sowieso erledigt. Boah. Ich könnte ja jetzt sagen, das war Absicht. Weil, wenn keine City of Gold, dann gar nicht. Aber... Tja. Eigentlich war es nur sehr ungeschickt von mir. Ja, das ist auch so eine Sache an dem Spiel. Wenn man versucht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen... Dann macht man es sich selbst schwieriger, das Spiel wirklich erfolgreich durchzuspielen. Also alle 15 Level zu schaffen. Denn man... Ja, um dieses Ziel zu erreichen, was man sich dann gesetzt hat. Wie ich jetzt gerade. Ich habe ja wirklich mehrfach das gesamte Level dadurch sucht. Dann... Geht man eine Menge Risiken ein, die man eigentlich nicht eingehen müsste, wenn man wirklich nur das Spiel durchspielen möchte. Und ja... Tja. Auf jeden Fall. Zusammenfassung ist... Keine Mumie. Blöd gelaufen. Kann man nichts machen. So. Vielleicht beim nächsten Mal. Ansonsten... Ja. Werde ich vielleicht schauen, dass ich doch erstmal das Spiel nur in Anführungszeichen durchkriege. Und das mit der City of Gold nochmal in einem eigenen... In einem eigenen Spieldurchlauf mache. Und das mit der City of Gold nochmal in Anführungszeichen. Und das mit der City of Gold nochmal in Anführungszeichen. Vielen Dank.